Musik Ich habe mich schon beruflich an verschiedenen Orten für die Nachhaltigkeit engagiert. Beim Bundesamt für Umwelt Bafu, beim WWF Schweiz und auch in Firmen, die ich selber gegründet habe. Heute arbeite ich bei Sanu Future Learning AG, der im Bereich Bildung und Beratung für die Nachhaltigkeit tätig ist. Diese drei verschiedenen Welten von Unternehmen, von Organisationen und auch von Verwaltung interessieren mich und auch wie man die Menschen, die dort aktiv sind, zum Handeln bringen kann, zum Handeln für die Nachhaltigkeit. Sanu ist eine Pionierin in ihrem Bereich. Seit 30 Jahren beraten wir und bilden wir Menschen und Organisationen aus, wie sie sich für die Nachhaltigkeit engagieren und den Veränderungen begegnen, die wichtig sind in diesem Bereich. Führungskräfte können Gemeinsinn entwickeln. Zusammen mit ihren Mitarbeitenden müssen sie eine Vision haben, wie es in die Zukunft geht, was die Unternehmung will und welchen Sinn sie verfolgen. Sie müssen zusammen eine Perspektive einnehmen auf die Herausforderungen und die Zukunft, die auf ihre Unternehmung wartet. Ebenso müssen die Führungskräfte Räume auftunen können. Räume, wo die Mitarbeitenden Mut entwickeln, wo sie Lösungen finden und wo sie diese Werte vorleben können, die Werte, die die Unternehmung prägen, die sie im Alltag mitnehmen. Damit Nachhaltigkeitsfragen in Führungsausbildungen verankert werden, in der ganzen Bildungslandschaft der Schweiz, braucht es vor allem eines, nämlich Leadership. Wir müssen zusammen eine Vision entwickeln, wir müssen Räume schaffen, um neue Aus- und Weiterbildungen zu haben, wir müssen neue Partnerschaften eingehen, wir müssen motivieren und eine Strahlkraft entwickeln, dass alle Institutionen mitkommen und es braucht ein gemeinsames Dach. Diese Initiative bringt all das mit sich.